Herzlich willkommen bei Ihrer Online-Besichtigung in Förste-Wispensteiner-Straße 2. Das genaue Baujahr des Hauses ist nicht bekannt. Es hat ungefähr 155 Quadratmeter Wohnfläche und einen Teilkeller. Es empfängt Sie eine großzügige Diele. Geradeaus geht es rechts zum Badezimmer. Dieses ist leider recht schmal, jedoch nur durch eine Leichtbauwand getrennt, sodass Sie das Bad ohne weiteres vergrößern können. Geradeaus geht es in den Garten, links in die Küche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In das Obergeschoss geht es über diese recht steile Treppe. Wie Sie sehen, muss hier einiges gemacht werden. Der Dielenfußboden zum Beispiel abgeschliffen und von Tapezieren und von der Elektrik ist gar nicht zu reden. Im kompletten Obergeschoss verbirgt sich unter dem Teppich der Dielenfußboden. Die Fenster der Immobilie sind teilweise aus Kunststoff, teilweise noch aus Holz. Im Garten wurden viele, viele Tannen bereits für Sie gefällt. Hier geht es zur Ölzentralheizung. Diese ist funktionsfähig und verfügt über zwei Öltanks a 2000 Liter. Im anderen Teil des Nebengebäudes ist die Garage versteckt und noch einiger Stauraum vorhanden. Günter Obergeschoss WYG